Ja, wir dürfen uns duzen. Ja, ja, ok. Ich denke, es ist am besten dass wir das erzählen dass wir das machen mit der Google Translate. Ja, das können wir machen. Ja, gerne. Dann machst du die Interviews mit den deutschen Leuten von Leipzig, und dann erzählt sie du das nach Englisch. Und dann übersetzen ich das nach Niederländisch und dann wird es etwas ganz anderes. Willkommen in Little Amsterdam, Witterwitzrad. Danke schön. Herzlich willkommen. Welcome home. Ja, you been here before? Ja, I been here a few times actually, maybe four times. More times. Oh, das ist mehr offen than me. Ja, das ist weil du nie wegst. Du musst weggehen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. I never expected to become part of the street street mobilier of the Witterwitzrad. Bitte? Ja. Aber bist du jetzt? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich glaube, ich glaube. Es ist eine Ehre. Nehmen Sie stehen, zu dürfen. Hey, with a lot of small talk. It's a lot of small talk. Maybe we should get on with the program. Ja, ja, ja. We start with Rotterdam. En, eh, 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 we krijgen een, eh, eh, zometeen iets, eh, iets, eh, iets stichtelijks, iets zondagstichtelijks van, eh, Jacco. En, eh, eh, ik kan wel zeggen, thank God, Christmas is over. Eh, Jacco en Roan, het zijn niet de raggende, maar het zijn de rauzende mannen. Ja. Exactly. Round of applause. Team Untertitelung des ZDF, 2020